Herzlich Willkommen zurück zu Batman Arkham Knight mit Eresu. Ich bin Eresu und wir haben hier irgendwo zwischenzeitlichen Feuerwehrmann gehört, weswegen ich ganz gerne zu dem hingehen würde. Riddlers letzte bekannte Position, das ist auch wichtig, das machen wir auch. Ich will Scarecrow nicht das Gefühl geben, dass er mir wichtig ist. So, jetzt sind wir tatsächlich abgehoben und jetzt können wir auch vernünftig fliegen. Das muss man Scarecrow lassen. Er hat uns die Schlüssel zur gesamten Stadt überleicht. Muss man ihm das lassen? Hey, wir können jetzt mal wieder probieren, dort ins Polizeipräsidium reinzukommen. Jetzt haben wir ja wieder unser Auto. So können wir ja nicht rein, aber ich muss mich in der Nähe der Straße befinden. Okay. Das hier zählt auf Mannichertstraße. Und so kann ich wahrscheinlich einfach hier nicht durch, ne? Ja, die wollen mich einfach generell nicht mehr reinlassen. Was ich gemein finde. Na los Leute, lasst mich rein. Ich will was ausprobieren. Mir wurde nämlich gesagt, dass man dem Gefangenen da drin noch die Nase brechen konnte. Und ich will probieren, ob das noch funktioniert. Aber sieht nicht so aus, wenn ich nicht mal mehr reinkomme. Also. Diesmal haben wir es auch geschafft, durch so einen eher engen Gang durchzufliegen, ohne direkt ein paar Mal zwischen zu landen. Wieso, wenn es doch ein Fahrt mühen war? Hi Leute, Zeit wegzurennen. Ach Gott, ich soll hier einfach durchfahren, oder? Äh, okay. Ach, Hallöchen Detektiv. Ja, ich bin es, dein gefürchteter Erzwein, der Riddler. Glückwünsche sind angebracht. Du bist nämlich sehr zeitlich angekommen zur nächsten Generation meiner Rätsel. Ich fürchte, die genauen Details meines Plans müssen für den Moment im Dunklen bleiben. Nein, nein. Ich sehe aber kein Problem, deinen unbedeutenden Schimmer von Initiative mit einer winzigen Vorschau zu belohnen. Einem Vorgeschmack auf das kommende, wenn du so willst, wenn du so willst. Warum hat er sich jetzt auch ans Batmobil angepasst? Na dann, Detektiv. Es gibt, wie du starrst. Bitte setzt du Grundverständnis auf einen von mir eingestellten Mechanismus, der auf einen extrem präzisen Radarimpuls reagiert. Gleich gebe ich dir den Entschließungscode, Dunkler Retter. Aber vorher müssen wir die Grundregeln für die heutigen Festivitäten durchgeben. Das ist die erste Regel. Du darfst nicht nur ansprechen mit Riddler, der Riddler oder Mr. Nigma Sir. Ansonsten, Detektiv, erwarte ich dein patentiertes, mürrisches Schwein. Zweite Regel. Alle Panzerhandschuhe, in der Maske integrierte Mikrofone und andere Kommunikationsgeräte, aus deiner Wache oder nicht, müssen vor Beginn der Prüfung deaktiviert werden. Wirst du dabei erwischen, wie du sie benutzt, wirst du von der Strecke ausgeschlossen. Dritte Regel. Der Einsatz von zweckmäßig erbauter rietzellösender Ausrüstung ist streng verboten. Mit dem Inhalt deines Kürtels bin ich mehr als Vertraubdetektiv. Und ich werde jede plötzlich auftretende Änderung im Laufe des Abends misstrauisch verfolgen. Vierte Regel. Im Falle eines Feuers oder einer Überflutung werde ich dich zum nächsten Notausgang führen. Vorausgesetzt, du bist nicht zu stolz, meinem Rat zu folgen. Falls doch, so wird ein stolz, sturer Selbstmord als Eingeständnis eine Niederlage gewährt. Fünfte Regel. Frage nicht nach Hinz. Sechste Regel. Sollte ich dir in meiner Verzweiflung doch einen Tipp, Hinweis, eine bedeutungsvolle Beleidigung oder eine andere Form von Hilfe zukommen lassen, wirst du nicht nach weiteren Erklärungen fragen, sondern mir für meine Großzügigkeit danken. Unter Beachtung der Anredeformen, die in Regel 1 dargelegt wurden. Siebte Regel. Pinkelhausen werden bei Bedarf selbstverständlich. Das ist zwecklos. Der Wagen ist Teil von Riddlers Plan. Das erste Rätsel des Abends gelöst. Was? Gut gemacht, gut gemacht. Ich wollte doch einfach nur versuchen kurz auszusteigen, um mir das hier genauer anzugucken, was hier draußen steht, während der rum erzählt. Na toll. Entschuldigung, eigentlich wollte ich das zu Ende anhören. Willkommen auf meiner Rennstrecke Detektiv. Du musst drei Kurse dieser Herausforderung beenden und jeder einzelne hat ein Zeitlimit. Er wird generell einfach ein bisschen durchgedrehter als sonst, wenn er seine Pläne jetzt sicher an die Wände schreibt, statt sich ein Block Papier zu besorgen. Na los, Detektiv. Testen wir doch mal dieses groteske Ego-Pier. Ich weiß nicht genau, warum. Mach dich bereit, Detektiv. Dieser Test verlässt mehr als bloß schnell zu machen. Okay. Äh, ich weiß nicht, warum er die... ... den Ausweg überhaupt anbietet. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Niemand nicht soll die Riddler-Blockade aktivieren. Ähm... Ja, ich meine, wenn Ro Batman ertrinken würde, warum würde er ihm dann helfen? Wenn er es nicht schafft, dann hat er eben verloren. Okay. Mit Steuerung schalten wir das hier eben entsprechend um. Gut. Ah, okay. Wir müssen einfach ziemlich häufig auf Steuerung drücken, wie es aussieht. Tick-Tack. Arbeite dran. Dunkler Ritter, verschwende nicht meine Zeit. Sie ist häufig kostbarer als deine. Juhuuu. Das ist bisschen. Zu lahm, Batman. Zu lahm. Zu lahm. Zu lahm. Zu lahm. Das ist kein Rätsel, das ist ein Rennen. Okay. Ich werde angerufen. Das heißt, ich drücke kurz auf Pause. Bis gleich. So... Okay, da bin ich wieder. Gut. Zum Anfang der Strecke zurückfahren, sagt er. Okay. Moment, wir können trotzdem... Das hier ist ein Rundenkurs, das heißt, wir können... Ah, okay. Man kann hier einfach fahren, ohne den Nachbrenner zu benutzen. Ich habe nicht mal eine Runde geschafft in der... Zeit. Juhuuu. Ah, damit habe ich die Ein-Mann-Armee-Herausforderung geschafft. Gut. Upsi. So oft ich will scheitern, ich will gar nicht scheitern. Gehen wir diesmal rechts rum. Links hat nicht so geklappt. Uiuiui, das war knapp. Schneller, Batman! Schneller! Die Farbe von Ars und Eagle wird sich hier nicht im Geringsten bewahrheiten. Eine Farbe bewahrheitet sich auch nicht! Wow! Ob der klapprige Motor das wohl hinkriegt? Da habe ich ziemlich spät dran gedacht zu drücken. Neck, ist das nur Gold. Du musst schnell schalten wie die elektrischen Signale in meinem Superhirn. Ne, das wird nichts. Ich denke immer viel zu spät dran, das umzuschalten. Ah, okay. Man bekommt für... Hoppala. Jede Runde einen eigenen Timer, wie es aussieht. Infibiere die Schutzsperre des Nachbrenners. Ich brauche mehr Tempo. Lass dich nicht verhören! Rechts! Verdammt nochmal! Oh! Okay! Oh! Verdammt nochmal! Ist übrigens immer noch kein Rätsel. Ist einfach nur... Nerviger! Kannst du denn wirklich nicht schneller? Wirklich nicht schneller? Doch, hier. Ich habe einen Nachbrenner. Oh! Verdammt nochmal! Du hast wohl verloren! Was ist denn los? Das könnte ich buchstäblich mit geschlossenen Augen... Okay, wenigstens starten wir direkt bei der zweiten. Okay, das war zu spät. Das ist kein Rätsel! Ach, Batman! Soll ich etwa runterkommen und dir zeigen, wie es geht? Ja, bitte! Seit wann bist du ein weißer Rennfahrer? Hast du das Auto selbst entwickelt, Batman? Nein! Das würde die vielen Konstruktionsfehler erklären! Hey, nichts gegen Lucius! Okay, die zweite Runde haben wir geschafft. Mach mal auf die Strecke, Dunkler Ritter! Mach mal! Pass genau auf, Detektiv! Geh links! Oh, oh! Äh, oh! So! Oh! 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 Gott! Okay! Das kriegen wir schon hin! Oder auch nicht! Oh! Okay! Okay! Das war... auch mal ein Selbstmordversuch von Batman, weil er sich schämt, so schlecht zu fahren. Okay, die zweite Platte braucht man hier gar nicht. Man kann einfach direkt rüberfahren, wenn man sie mit dem Winkel hinbekommt. Das ist durchaus möglich, ich kann mir vorstellen, dass ich hier noch ein paar Anläufe brauche. Oh! 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 Ok, das wird was, das wird was, wir gewinnen! Komm schon, Detektiv, die Zeit wartet auf niemanden, und ich warnte nicht auf Batman! Geistige Blockade, ER-Herausforderung, yay! Ich habe eine Reihe von Diagnose-Simulationen erstellt, mit denen die Funktionen Ihres Anzugs und des Batmobils getestet werden können. Wählen Sie das entsprechende Programm, dann zeigt der Batcomputer eine Navigationsmarkierung an. Ok, ER-Herausforderung, nutze ER-Herausforderungsbildschirm um eine Wegmarke zu einer der verfügbaren Herausforderungen zu setzen, kennen wir doch schon. Sobald Herausforderungen freigeschaltet werden, werden Sie automatisch diesem Bildschirm hinzugefügt. Manchmal sogar davor. So, für noch nicht verfügbare Herausforderungen können die Voraussetzungen hier ebenfalls eingesehen werden. Rivalitätspunkte, so heißen die Dinger also. Da. Ich weiß noch nicht, was sie bringen. Vielleicht ist das wirklich einfach nur, wenn man sich auf der Rangliste umgucken möchte. Hm. V für Verhandlungslisten-Missionen. Und das hier sind also alles ER-Herausforderungen oder... ER-Herausforderungen Training haben wir geschafft. ER-Herausforderungen Kampf, das sind die mit denen ich einigermaßen klarkomme. Jagd, damit komme ich vielleicht nicht ganz so gut klar, aber die machen Spaß. Das ist der Gesamtfortschritt. Batmobil-Rennen muss jetzt nicht unbedingt sein. Batmobil-Kampf muss jetzt nicht unbedingt sein. Und Batmobil-Kombination. Werde ein Allround Batmobil-Experte. Ah, nee, danke. Geht schon. Glückwunsch, Detektiv. Du hast mich besiegt. Ich bin schockiert, gedemütigt, völlig geschlagen. Zeit aufzugeben, denke ich. Wie wäre es, wenn du jetzt gießt? Gießt. Ja. Wir werden auf keinen Fall die 100% hier schaffen. Hoppala. Denn ich habe gar keine Lust, um sich hier durch, diese Rennen zu fahren. Mal sehen, ob wir wieder so lange brauchen. Ah ja, er redet wieder. Wirklich, dass eine Herausforderung von dir, dem Riddler, wirklich so einfach wäre? Oh, dunkler Ritter. Du goldiger, naiver Hüter. Natürlich nicht. Dennoch danke für dein unermüdliches Geltungsbedürfnis. Ich konnte dadurch hunderte Terabyte an Leistungsdaten über deinen neuen Raketenleichenwagen sammeln, den du fährst. Selbstverständlich nutze ich die Daten, um zukünftige Tests anspruchsvoller zu gestalten. Wir sehen uns bald, Detektiv. Das ist noch nicht vorbei. Hm. Ja, also die Story-Rennen mache ich natürlich, weil ich den Riddler schnappen möchte. Aber ich bin sehr enttäuscht von ihm. Wenn das alles ist, was er hier an Rätseln zu bieten hat, dann... Ich meine, okay, wir wussten ja, dass er durchgedreht ist. Also, vielleicht entschuldigt das das ja ein bisschen. Ja, geistige Blockade wollen wir nicht. Hier haben wir zerstörbare Objekte. Ist das wichtig? Ist das relevant? Wir schauen da mal schnell vorbei. Hat da jemand meinen Namen gerufen? Achso, einfach nur Leute, die wegrennen wollen. Okay. Haha, das ist ja wie in Arkham City. Wir haben die ganze Stadt für uns. Ja, da sieht man, dass Arkham City ein großer Fehlschlag war. Wenn die Leute, die da eingesperrt waren, es als ein gutes Beispiel sehen. Für etwas, wo sie Spaß hatten. Nein? Okay. Ne? Also, wir müssen ja inzwischen auch immer noch die mittlere Maustaste drücken für sowas. Ja, ein zerstörbares Objekt, aber was machen wir damit jetzt? Hm. Da klebt er das auf dem Boden. Das bringt nicht ganz so viel. Wet Claw. Können wir die benutzen dafür? Nein. Seilwerfer wird nichts bringen. Rauchbombe nicht. Das war's. Zieldetails. Zerstörbares Objekt. Das ist kein wirklich großes Detail. Moment. Eine Möglichkeit, was zu zerstören, habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Das klappt. Ich weiß nicht, wessen Gang-Zeichen das jetzt war, dass ich kaputt gemacht habe. Aber das können wir hier direkt auch nochmal machen. Geht das mit dem Auswerfen klappt nur, wenn man gut genug beschleunigt hat? Das Bettmobil ist schneller, wenn ich nicht mitfahre. Okay. Ich habe keine Erklärung dafür, wieso ich das mache, aber ich werde meine Gründe haben. Vielleicht erfahren wir die ja in der nächsten Folge, denn diese Folge beenden wir jetzt hier. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Lieb wohl. Hinter das Kommentare und Adios.